Nachdem Dani Ceballos unter Ex-Coach Zinedine Zidane kaum eine Rolle spielte und meist nur in den unwichtigeren Partien zum Einsatz kam, stand er beim Liga-Auftakt am Sonntagabend unter dem neuen Trainer Juan Lupetegui gegen den FC-Gitarre-Vergleich in der Startelf. Im Anschluss an die Partie zeigte sich der Spanier zufrieden mit seinem Einsatz und dem 2-0-Erfolg. Einem Gräuel gegen seinen französischen Ex-Coach hegte derweil nicht mit einem Sieg in die Liga-Saison zu gehen, ist wichtig, erklärte der 22-jährige Spanier nach Abpfiff der Partie gegen den FC Getafe, wie Areal Total. Wir haben sehr gut gespielt. Ich bin stolz und glücklich über meine Leistung und die der Mannschaft. Der Trainer ist zufrieden mit dem Team, Ceballos stand gegen die Mannschaft aus dem Madrida vor Ort von Beginn an auf dem Rasen und wurde erst nach 71 Minuten ausgewechselt. Als das Spiel beim Stande von 2-0 für die Königlichen längst entschieden war, durfte gegen Getafe von Beginn an rannen, zahlte das Vertrauen mit einer guten Leistung zurück. Danice Ballos während er unter seinem neuen Trainer Juan Lupetegui aller Voraussicht nach auf regelmäßige Einsatzzeiten hoffen darf, spielte er unter Zinedine Zidane keine große Rolle und kam nur unregelmäßig zum Einsatz. Einen Gräuel gegen den zurückgetretenen Erfolgscoach und ehemaligen Weltfußballer hege er aber nicht, wie er verriet, im Gegenteil. Nach einer harten Saison ohne Spielpraxis ist es schwer, das Vertrauen zu bekommen. Zidane ließ mich nicht spielen. Warum, muss man ihn fragen. Er setzte auf andere, aber ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Er ließ mich nicht spielen, aber in persönlicher Hinsicht sehr reifen. Das war für mich eine gute Erfahrung, so C. Ballos. Für die neue Saison hat sich der zentrale Mittelfeldspieler nun umso mehr vorgenommen. Ich bin gestärkt aus der letzten Saison gegangen. Neues Gewinnspiel Folge at 90 Minuten De. 13. August 2018 Auch nach dem guten Auftritt von Ceballos könnte es allerdings sein, dass sich die Matrilenen in diesem Sommer noch mit einem zusätzlichen Mittelfeldspieler verstärken. Trotz der Möglichkeit einer weiteren Verpflichtung sieht der Spanier die Personallage jedoch entspannt und will sich auf sich konzentrieren. Wir sind 23 Spieler, alle sehr wichtig und rudern in die gleiche Richtung. Die Frage nach Neuzugänge muss man denjenigen stellen, die die Spieler verpflichten. Dann wirdija signing mit Kelly. Vielleicht geht's euch jeweils bei der Neuzugänge? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020